Liebe Gemeinde, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Siedler 6. Und für die heutige Aufnahme habe ich die Karte rausgesucht namens... Wo haben wir sie da? Sonniger Süden von Fiona. Hakim ist festgelegt. Können wir schon mal wählen. Auch wenn nicht nötig, stürzen wir uns rein und schauen uns die Karte an. Es ist ein Erstlingswerk und es ist von 2012. Und ich denke, es wird wahrscheinlich angebracht sein für eine kleine entspannte Runde zwischendurch. Hakim in seiner Heimat von der Sonne verwöhnt, friert im kalten Norden. Den Weg in warmen Süden muss er aber erst noch erobern. Oh, ist das so. Dann finden wir es mal heraus. Die Karte habe ich gefunden, als ich da einfach willkürlich dabei versiedelt wurde, zu durchstöbern. Ich dachte mir, ja, warum nicht? Kann man ja mal dazwischen tun. Zwischen den ganzen riesengroßen und hochgradig komplexen Karten. Mit sehr vielen, sehr faszinierenden Spielereien. Und dann bin ich gespannt zu sehen, wie das hier alles umgesetzt ist. Auf euren Befehl. Okay, sehr viel flaches und nutzbares Gebiet. Wir haben sogar einen Juwelier. Du liebe Zeit, was sind wir denn da so herzzerreißend? Ich glaube, es kommt vom Gottesacker. Ich sollte einmal nachsehen. Vielleicht bürde jemand Hilfe. Okay, also zum Friedhof. Da sehe ich doch mal nach. Karte hier erblicken. Jetzt bin ich das Weite rauszoomen, wie das ist er gewöhnt. Zuallererst schaffen wir uns hier ein bisschen was. Eine Hübschigkeit. Wir haben hier hinten ein paar Plingeruinen. Die nehmen wir gleich mit. Zuallererst ziehen wir eine hübsche Straße. So. Ein Jäger. Holzfaller nach hier. Wir arbeiten gerade das mal ein bisschen. Also jetzt können wir wieder vom Zickzack ablassen. Und hier so weiter mitgehen. Und einen weiteren Jäger nach hier hinsetzen. Wir können dann auch da oben noch einen Holzfaller hinsetzen. Würde ich schätzen. Hier gibt es ja immer ein paar Bäume. So. Dann ein Metzger. Wie wollen wir ihn so schnell aufgestellt haben. Wir haben lange Zeit nicht mehr wirklich mit dem Ringsystem gearbeitet. Also arbeiten wir mit Ringsystemen. Neben diesem Teil kann man wunderbaren Räucherer hinsetzen. So machen wir das. Auf euren Befehl. Gut. Finden wir heraus, wer da so weint. Alles klar. Interessant aber, dass wir ein Juwelier haben. Ich meine, ich glaube, der macht nichts. Aber wir haben einen. Nehmen wir auch Schafe hier drin. Interessant. Meine Kenntnisse der Architektur reduzieren die Kosten für den Ausbau von Gebäuden. Ja, das ist schön, aber geh weg. Wir sind hier gerade dabei, gleich ein Gespräch zu starten. Da können wir dich doch nicht intervenieren haben. So. Wo wollen wir denn schon Getreidefarm aufstellen? Hier können wir schon mal eine Getreidefarm aufstellen. Ach komm. Blockiertes Geländer. Dann halt so. So. Auf dem Friedhof. Hallo, gute Frau. Ich bin Hakim. Was habt ihr denn so verzweifelt? Euer Klagen hört man ja meilenweit. Voll leise. Ich möchte es ausbauen. Ich hoffe, dass das Spiel nicht kaputt geht. Auf euren Befehl. Auf euren Befehl. Verstanden. Huch. Also. Mein lieber Gemahne ist von uns gegangen. Der kalte Winter hat ihm arg zugesetzt. Wir hatten auch von einem Seefach aus Fernlanden gehört. Den hat uns ins Kloser zum Mönchen verschlagen. Er brauchte seine halbe fremde Kräuter und eine Retatur mit. Leider war es schon zu spät. Ich dachte schon. Ich habe kurz die Sorgen gehabt, dass das Spiel nicht wirklich funktionieren würde. Seefahrer. Fernes Land. Wollte er mich vielleicht abholen? Den muss ich unbedingt finden. Da hinten sind Blindenhunde. Ich sollte einfach mal das Kloser suchen und nach dem Seefahrer fragen. Du solltest zuerst einmal den Blindenhund abschoppt da hinten massakrieren gehen. Kein zurück. Wittwer. Bekannt. So. Der Letzte hat ihn erwischt, aber das ist in Ordnung. Wir haben hier eine komplette Scharferde, die wir theoretisch nutzen könnten. Ich denke, unsere militärischen Gebäude wollen wir oben aufstellen. Wer macht das? Der Fügel singen. Warum nur bin ich nicht fröhlich? Es gibt gute und schlechte Tage. Heute ist ein schlechter. Puh. Ich bin ein wenig melancholisch. Ich bin ein wenig melancholisch. Die Zeit im Kloster hat den Nonnen nicht so gut getan, glaube ich. Verstanden. Ich glaube, ob du irgendwie die Blindenhunde findest. Hier würden wir einen Räucher in die Nähe neben setzen. Wo ist... Wir haben das Fischgitter weggemacht. Der Fischhang ist weg. Sehr gute Arbeit. Perfekt. Verstanden. Sehblick. Oh, das ist hübsch. Das ist ein hübsches Gebiet. Nehmen wir es ein. Ach, hier so. So, gehen wir weiter schauen, ob wir irgendwo Steine finden. Ödland. Oh. Nun, das sind viele Banditen. Verstanden. Verstanden. Dein Feld. Wie ihr wünscht. Das sind ein paar Steine und ein bisschen Eisen. Und 300 Taken, die wir nicht haben, aber wir haben hier einen Plingruinen. Wie ihr wünscht. Das Spiel speichert. Sehr freundlich. Palling. 950. Palling. Ohne wirkliches Pling. Noch ein riesiger Haufen weiteres Geld. Straße. Straße muss schon möglichst mittig darüber. So ist gut. Ein Fischer nach da hin. Ein Fischer nach da hin. Ein Jäger nach hier hin. Da wir die Blinden... Kräuter haben wir auch. Sehr gut. Da wir die Blindenhunde losgeworden sind, können wir damit arbeiten. Kräuter brauchen wir noch nicht. Holz füllen können wir hier. Eine Kuhfarm können wir uns schon mal aufsetzen. Wir haben das Steingebiet noch. Da können wir noch weitere Kühe herkriegen. Das Lagerhaus ist voll. Das Lagerhaus ist voll. Wir ziehen diese Bereiche in eine künftige Steinmauer mit rein. Bauen das Lagerhaus aus. Sofort. Verstanden. Wir haben ein Wiener hier. Das Irland könnte man theoretisch sehr gut auch noch in die Stadtmauer mit einbeziehen. Das Problem, was ich da sehe. Die werden uns sofort anpöbeln, sobald wir das hier setzen. Die werden dann sofort hier rüber gerannt kommen, wie von der Tarantin gestochen. Das ist so. So. Nein. Minen haben wir auf jeden Fall genug. Mehr als genug. Hier haben wir eine Straße. Da können wir uns auch bedienen. So. Setzen wir zuerst die Steinminen. Oder die Steinmetze. Steinigen Metzen. Hier gibt es auch Schafe. Die wir auch noch mitgehen lassen können. So. Räucherer. Hatten wir trotzdem entschieden, dass der hier hin soll. In der Nähe können wir den noch irgendwie. In der Nähe setzen. Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld. So. Und was Käse angeht. An diese Ecke. Ein Weber nach hier hin. Ausbau, Ausbau. Ausbau, wir haben noch mehr Kühe zur Hand. Wir können ohneweise ein zweites Gatter bauen. Ja, das war meine Sorge. Wir verlegen das Gatter nach. Hier in diesem Bereich. Wir legen jetzt noch schnell die zweite Kuhfarm nach hier hin. Der Boden ist manchmal ein bisschen heimtückisch. Und nicht so ganz frei zugänglich, wie er aussehen mag. Das ist manchmal ein bisschen heimtückisch. So, Schafarm. So, Schafarm. Befreien wir die Schafe hier mal. Einem Schafhirten fehlt es an Schafen. So. Bauen wir aus. Immer erstmal schön vollkommen betreiben, bevor wir wirklich unsere eigentliche Aufgabe erfüllen. Bauen wir die Burg aus. Schauen wir uns schon mal den Landvogt. Unser elendiger Siedler mit ist erreicht. Baut die Kirche aus. Hey, alles klar. Es ist meine Bestimmung, diesen Titel zu tragen. Ach ja genau, ist noch eine Arbeit. So, die Kirche steht. Wesen machen nach hier hin. Seifen machen nach da hin. Und eine Straße kann hier offensichtlich nicht durch. Obwohl ich dachte, das wäre möglich. Schade. Ein Brunnen nach da hin. Okay, da passt kein Brunnen. Schade. Und dann richten wir es hier im Endeffekt sehr gemütlich ein. Alles natürlich ausbauen. Damit wir immer schon an all die Sachen rankommen, die wir wollen. Das Lagerhaus ist voll. Das Lagerhaus wird sofort ausgebaut, weil wir nicht ertragen können, wenn es voll ist. Theoretisch war es sinnvoll, unsere Kasernen hier drumherum aufzusetzen. Aber das Gesetz der Ästhetik erfordert für uns gewissermaßen, dass wir unsere militärische Produktion nahe der Burg haben. Insofern setzen wir unsere beiden Schwertkämpfer, oder Schwertschmieden, schon mal nach hier hin. Und setzen eine Kaserne direkt da so gegenüber hin. Wir haben viel erreicht. Wir haben viel erreicht. Mit einem neuen Titel könnte ich noch mehr erreichen. Ich werde stets mein Bestes geben in euren Diensten. Hier wollen wir die Belagungswaffenschmiede hinsetzen. Die Bogenmacher kommen nach hier hin. Und die Bogenschützenkaserne kommt dann nicht nach da hin. Nach hier hin wäre eine bessere Option, denke ich. Ich habe erwogen, nach hier hin zu setzen. Aber lieber nicht. Wir befestigen die Burg separat, weil Ästhetik. Wir befestigen die Brücke. Falls zu Wasser gefriert, müssen wir auch den Fluss mit befestigen. Ich gehe übrigens davon aus, dass das Wasser gefrieren wird. Auf euren Befehl. Auf euren Befehl. Theoretisch könnten wir den Ausposten halt wirklich so setzen. Und das Ganze dann mit Truppen absichern, bis wir eine Mauer hier gebaut kriegen, damit die nicht rüber können. Dafür brauchen wir allerdings zuerst einmal ein paar Truppen, denen wir das machen können. Ah ja, genau. Jetzt ist schon der Winter und wir können nicht mehr genau sehen, wo der beste Weg ist, um da hin hier ranzukommen. Die Wege sind ein bisschen komisch hier. Okay, wir müssen auf den Sommer warten, damit wir in der Lage sind, hier wirklich Straßen zu ziehen. Zum Glück kommt der Sommer gerade. Wir haben die Schafe haben noch nicht komplett ausgebaut. Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld. Fehlt irgendwas? Ein bisschen Getreide könnte fehlen. Ich habe es nicht aufgeachtet, ob das Wasser gefriert. Gott, bin ich zerstreut. Ungewöhnlich. So, und wenn wir jetzt noch ein fünftes Feld dahinter setzen. Dann haben wir das hier ganz gut abgeschlossen, denke ich. Sehr schön. Wir können die Tavernen schon mal einplanen. Nach da hin und der Platz hier noch groß genug. Wenn wir richtig drehen, dann schon. Dann drehen wir das so. So, was Bienen angeht. Kommt das nachher hin. Hier können wir wirklich alle neun einfach setzen. Holz fehlt. Müssen wir gleich ein bisschen was gegen tun. Wir können auch 10 Minuten schon eine zweite Imkerhütte setzen, die da auch mitarbeitet. Natürlich fehlt Holz. Wir haben nur drei Holzfeläuten gebaut. Aber das ist in Ordnung. Wir haben ja Zeit. Hier hinten wird noch ein bisschen Platz, um was ein bisschen zu holzen. Der hier ist schon am Holzen in diesem Bereich. Nein. Holz sind wir hier. So, jetzt solange Sommer ist. Lass uns herausfinden, wo die Straßen setzbar sind. Nichts so ganz hier. Ein Steinbruch wird bald erschöpft sein. Nichts so ganz hier. Das ist ein bisschen zu haben, wie viele Versprechen sind. Und scheitert in diesem Punkt. Das Lagerhaus ist voll. Da haben wir ne Verbindung. Okay, das wird ein komischer Pfad. Es könnte schon schneller sein, den Pfad zu ignorieren. Da. 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 Wir müssen unseren Weg dahin ganz vorsichtig bahnen. Da war gerade was, wo wir sitzen konnten. Ein Steinbruch ist erschöpft. So, nichts wirklich. Steinbrüche sind erschöpft. Das Lagerhaus ist komplett überfüllt. Pfälche ausbauen. Siedellimit ist also sowieso schon wieder erreicht. Das überrascht mich nicht im Mindesten. Wir können die Burg auch ausbauen lassen. Aber ich will diese Straße gesetzt kriegen. Irgendwie. Ich kann nicht ausdrücken, wie veräppelt ich mich gerade fühle. Es ist einfach nicht formulierbar. So, Winter kommt. Jetzt achten wir auf das Wasser. Wenn es gefriert, befestigen wir es. Wir können ein bisschen Party machen in der Zwischenzeit. Bestimmung ist ein großes Wort dafür. Aber von mir aus. So. Dieses Wasser gefriert nicht. Die Position ist damit sicher. Mehr oder weniger. Sicher davor angegriffen zu werden. Nicht sicher davon, von uns überbefestigt zu werden. Einem Steinmetz fehlt es an Steinmetz. Es ist nicht unbedingt eine Frage der Sicherheit. Eher eine Frage dessen... Wie sicher wir uns wirklich fühlen wollen. Unser Geologe begibt sich zu einem Einsatz. Jawohl. Unser Geologe... Und wie sicher wir aussehen wollen. Es ist eine Erscheinungsbildsache. Sofort. Auf euren Befehl. Verstanden. Ja, wir werden das wahrscheinlich an die Straße hier direkt dran setzen. Unser Geologe hat ein neues Rohstoffvorkommen entdeckt. Die werden sofort ausrasten. Darauf werden wir antworten, indem wir schon mal ein paar Truppen ausheben, die wir dagegen stellen. Wir hätten schon längst unsere Quest weitermachen müssen. Aber irgendwie... Bin ich schon mal versunken darin, dass ich zu viel Spaß am Aufbauen habe. Sofort. Schon unterwegs. Der Spülspeicher wäre es dann mal. Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld. Wie ihr wünscht. So, das kann ausgebaut werden. Wir können noch ein paar weitere Truppen ausbilden. Wie ihr wünscht. Wollen wir denen ausschauen, was passiert. Das Spiel hat gespeichert. Verstanden. Wir gehen, denke ich mal, auf mehr Bogenschützen. Hier ist wahrscheinlich schon der Zugriff zum Hafen. Wir werden unseren Außenpost auch hier entsetzen. Die Feinde, die hier direkt abfangen. Die Schwerter, Gruppe 1, werden so lange unsere Mauer sein. Die Schützen sind Gruppe 2. Wir probieren diesmal mit viel weniger Schwertern zu arbeiten und viel mehr Schützen. Eine Eisenmine wird bald erschöpft sein. Einfach mal so experimentell. Schauen wir mal, was das so mit sich bringt. Das ist übrigens gar nicht ausgebaut. Und diese Mienarbeit heute auch nicht. Wir könnten noch einen weiteren Letzker gebrauchen. Andererseits, wir könnten einen weiteren Räucher gebrauchen. Fisch ist für nichts anderes nötig. Nach hier hin. Unterhaltung fehlt. Wadaus nach hier hin. Ja, schon überfordert zu sein. Jetzt machen wir einen Kahn nach hier hin. So, Gruppe 2. Sold hoch. Eine Eisenmine ist erschöpft. Eine sehr müde Eisenmine. Eine Brücke, eine Brücke, eine Mauer nach hier hin. Und das hier wird eine Plage. Das ist komplett abzusichern. Ein Steinbruch wird bald erschöpft sein. So. Die Befestigung dieses äußeren Gebietes ist gar nicht mal so angenehm. Und ich würde sagen, wir befestigen es deswegen nicht. Das ist einfach nämlich blöd hier. Wenn wir Städisten so befestigen, näher dran an unserer eigenen Stadt, dann wird es einfacher werden. Ein Steinbruch ist erschöpft. So. Und da geraten wir schon wieder in die Situation. So. Hi. Jawohl. Jawohl. So. Und schnell speichern. Dann setzen wir unseren... Unseren Außenposten direkt hier hin. Verstanden. Die Horden werden direkt wütend. Hey. Macht Party. Betet. Verstanden. Es gibt kein Zurück. Lasst sie nicht durch. Zum Angriff. Es gibt kein Zurück. Da. Lasst sie nicht durch. Ihr könnt schießen. Kein Zurück. Kommt. Da.